Mit dem Wirtschaftsunterricht können wir einen großen Beitrag zu einer Bildung für nachhaltige Entwicklung leisten. Denn im Wirtschaftsunterricht sollen Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie die ökonomische Welt mitgestalten können. Dabei sollen sie auch unterschiedliche Rollen einnehmen, vom Bürger über den Konsumenten und Arbeitnehmer bis hin zum Unternehmer. Dabei streifen sie viele Themen, die für den Klimawandel bedeutend sind. Zum Beispiel können wir im Bereich Konsum darüber sprechen, wie man mit dem Kauf von Produkten positiv oder negativ auf den Klimawandel Einfluss nimmt. Dazu gehören Betrachtungen wie Fleisch versus Gemüse, Lebensmittel importieren oder regional kaufen oder Langstreckenreisen mit dem Flugzeug versus Kurzurlaub im eigenen Land. Und auch Themen wie globale Zukunftstrends bei der Energieproduktion oder Gemeinwohl statt individueller Gewinnmaximierung bieten Anknüpfungspunkte an das Thema Klimawandel.